Die Rage erfreut sich, es ist bald Wochenende und deswegen gibt es Friday Feierabend Play. So Freunde, das soll heißen also, wir werden jetzt hier in aller Ruhe ein bisschen vor uns hin zocken und zwar The Summit, den Wolkenkratzer, werden wir hier jetzt hoffentlich Etage für Etage übernehmen. Und wir sind jetzt mittlerweile auf Etage 10, also noch relativ weit am Anfang. Aber das soll uns soweit nicht stören, denn wir zocken ja einfach nur ein bisschen, um uns zu leveln, ein bisschen vor uns hin, um ebenso langsam in den Feierabend, in das Wochenende zu gleiten. So, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, denn hier sind anscheinend irgendwelche Lieutenants unterwegs, die mir stressbereiten werden oder stressbereiten möchten, habe ich so das Gefühl. Da hinten tut sich auch was. Da oben sind glaube ich auch welche. Jo, okay. So, dann müssen wir schauen, dass wir uns ordentlich hier in Position bringen. Ho, 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 ho. Ja, vielleicht da rüber. So, dann schauen wir mal, dass wir hier das Teilschuh hier hinbringen. Jo, und dann raus mit der Drohne. Okay. Ist da oben jemand? Kommen wir da hoch? Nein, da kommen wir jetzt nicht auf die Schnelle. Okay. Ja, die treiben sich da hinten ein bisschen rum hier. So, er hier. Okay. So, da scheint mir hier noch ein bisschen zum Aufwärmen zu sein. Ah. Okay. Okay, 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 okay. Dann gehen wir erstmal ein bisschen nach hinten, um die Lage zu sondieren. Wo die Kollegen hier rumspringen. Da kommt einer. Na? Dachte ich es mir doch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt von rechts einer. Ja, ja, da springt einer rum. Oh, um die Ecke. Okay. Da ist keiner. Dann gehen wir hier wieder gucken. So, da springt aber noch einer rum. Da. Da. So, der soll sich mal um den hier kümmern. Na. Okay, sehr schön. Der wäre dann auch zum Spiel genommen. Und er hier. Oh, wo wirft er das Ding hin? So, da bin ich safe. Okay. Und dann haben wir hier nochmal unser Geschütz. So, wie sieht es aus? Bereich ist ges... Nein, ist noch nicht gesäubert. Was erzählt er? Ja, komm weg, das Schild. Frag es weg. So, was ist jetzt? Ist jetzt im Bereich gesäubert? Immer noch nicht. Ja, wie ich dieses Maschinengewehr liebe. Oh, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen in Deckung begeben. Oh, das war nix. Okay, sehr schön. Dann schauen wir mal, was uns hier alles... Was es zum Mitnehmen gibt. Okay. Sehr schön. Stufenaufstieg. Und da ist irgendein... Da haben wir noch was. Mein Schlüssel war da mit dabei. Sehr schön. Okay. Na. Doch, können wir so aufnehmen. Dann zum nächsten Stock. Wo geht es lang? Ah, da müssen wir hoch. Geht es da hoch? Nein, da geht es nicht hoch. Da wird es bestimmt hochgehen. Hier. Okay. Erfüllen sie folgende Aufgaben. Nahkampfkill. Okay. Okay. Gut. So, da geht es weiter. Ja, müssen wir aufpassen. Das sieht immer so ein bisschen verdächtig aus. Ach, okay. Ja, ja. Jetzt haben wir keine Waffe, gell? Ach so, das sind wir jetzt hier am... So, das nehmen wir mit. Nee, nee, das ist Etage 10. Okay. So, kommt man da jetzt nicht rein. Hier haben wir unser Lager. Hier gibt es auch noch ein bisschen was. Nehmen wir auch mit. Was haben wir denn noch? Platz bei uns im... Okay, da haben wir noch ein bisschen Kapazität. Sehr schön. Ja, ich erinnere mich, dass es, wenn man eben... So. 10 Stockwerke hinter sich gebracht hat. Gut. Na ja, gut, das Wasser nehmen wir auch noch mit. Ups, da geht es lang. Sehr schön. Das gute Lix. Trinkst du Lix? Hast du nix? So. Und Etage 10. Stopp. Waren wir da noch irgendwo was? Nein. Nein, nein, nein. So, weiter geht's. Ja, ha. Diese schöne Aufzugsmusik. Ach was. Oha. Vorsicht. 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 Inventar ist voll. Oha. So, wir konzentrieren uns mal auf den einen hier. Ah ja, der geht jetzt weg. Ach du Schande. Das brauchen wir jetzt überhaupt nicht. Feindliches Sturmgeschütz entdeckt. Oh je, was wirft er jetzt da hin? Okay. Gefällt mir gar nicht. Okay, der ist jetzt... Komm schon ums Eck. Komm schon ums Eck. Oha, 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 oha. Irgendwas trifft mich. Das ist nicht so gut. So, komm, komm mal hin, fertig. Okay, einen haben wir. So, die Drohne beschäftigt den Kollegen ein bisschen. Und so, wir gehen da nach oben. In der Zwischenzeit kann ich schon mal hier diese wieder einsammeln. Ups. Damit sie den Cooldown kann. Ups, so. Jetzt ist die Frage, kommt er oder kommt er nicht? Meine Fertigkeiten sind hoffentlich gleich soweit. Wir gehen mal schnell hierher. Werfen das Ding da hin. So, okay, Drohne ist jetzt auch wieder einsatzbereit. Dann können wir den Kollegen hier triggern. Sehr schön. Okay. Das war gut. Gut. So, haben wir da irgendwas? Gibt's da noch was? Nein, da geht's weiter hier. Okay. Äh, haben wir das Geschütz mitgenommen? Äh, Augenblick. Hä? Bin gerade nicht im Bilde. Wo haben wir das hingeworfen? Hatten wir das nicht irgendwo da hingeworfen? Nee, ich hab's. Okay, alles klar. Manchmal ist man aber auch wie vernorgelt. So, gibt's da irgendwo was, wo wir rein können? Und uns noch mal ein bisschen mit gutem Stöffchen eindecken. Das sieht nicht so aus. Uh-hah. Ja, das war. Sehr schön, sehr schön. Solange die Kollegen hier nicht reinkommen. So, ihn da hinten, den muss ich kriegen. Das macht uns sonst Probleme. Okay. Ich höre euch trapsen und ich höre euch kommen. Boah. So, so, so. So, durch diese hohle Gasse müsst ihr kommen. Es führt kein anderer Weg nach Küstenach, Freunde. Ah, diese Pflanze hier. Wer hat denn die da hingepflanzt? So, da bin wieder einer rüber. Ups. So, schnapp ihn dir. Immer noch welche unterwegs. Oh, Nachschub kommt. Ups. Immer schön hinter dem Blumentopf bleiben. Sonst gibt es ja keinen Blumentopf zu gewinnen. So, was sprecht ihr, Freunde? Was sprecht ihr? Seid ihr das? Oder kommt da noch mehr? Okay, das wäre wohl auch geklärt. Wo ist das Geschütz? Achso, das ist schon im Cooldown. Okay. Ja, dann packen wir auch mal die Drohne wieder ein. 223 Schuss fürs Sturmgewehr. Nächste Etage erreichen in 37 Metern. So, ist da hinten was? Gibt es da was? Ne, da gibt es nichts. Immer ein bisschen Obacht. Ruckzuck stehen. Ah. Sehr gut. Nehmen wir mit. Na, das war's schon. So, dann sind wir wieder voll. Da sind wir übervoll. Und die 12. So, was haben wir hier? Nichts. Oha. Ah ja, da ist die Geisel. Okay. Okay. So, kommt ihr nicht so nahe, Freunde. Okay, da müssen wir hin. Das hilft nichts. Dann müssen wir hin. Und wir uns ein bisschen in ihre Nähe. Da hat sie einen Schlüssel. Den nehmen wir gleich mit. So, jetzt kommen sie von dort. Okay. Ah. Ne, keine gute Schutz. Keine gute, gute. Okay, unser Geschütz macht das schon. Etage säubern. Kommt noch was? Ne, da kommt nichts mehr. Sehr schön. Servus. So, da haben wir noch ein bisschen Munition. Ah. Sehr schön. Das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. Hat ja fast nichts gekostet. So, ein bisschen vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig hier ran. Hopp. Okay. Ja, ich hab da, wie gesagt, ein bisschen schlechte Erfahrung. Plötzlich stehen die Jungs hier vor einem. Was haben wir hier? Okay. Da gibt's nichts. Haben wir den Kreis gedreht. Sehr gut. Immer noch Etage zwölf. Oh, 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 oh. Da werden wir uns dahinter verschanzen. So, das da vorne ist die erste Verteidigungslinie. Das wäre natürlich gut so ein kleines Zielfernrohr. Da springt noch irgendwo einer rum. Okay. Oha, jetzt sind wir ein bisschen im Nachteil. Nee, nee, Freund. Hier brennt keiner. Oh, da kommt ein Scharfschütze. Ich glaube, da kommt ein Scharfschütze. Sehr schön. Die nächste Etage erreichen. Das hätten wir dann auch. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est gérément. So. Ein kleiner Saisonstufenaufstieg. Da freuen wir uns. Ein Hurenaufstieg. Okay. So, haben wir irgendwas vergessen? Haben wir irgendwas vergessen, was ja für uns typisch wäre? Nein, es ist alles dabei. Dann auf geht's. Zum nächsten Kapitel. Oh, da höre ich irgendwas. Oh, da schwebt es. Da schwebt es. Ups, 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 ups. Leise, leise. Nein, da haben wir nichts. Da geht's weiter. Müssen nach oben. 13. Stock. Damen, Oberbekleidung. So, da war doch noch was. Nein, da war nichts. Das sah ein bisschen aus wie eine Waffenkiste. Aus dem Augenwinkel. So, haben wir da hinten noch was? Da leuchtet es, da leuchtet es. Aber es ist nichts. Gut, 13. Stock. Dann schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Aber da hat's was. Da haben wir eine Waffenkiste. Oh, ja. Oh. So, wo sind die Buben? Wo sind die Buben? Den Hinterhalt überleben. Ja, das ist eigentlich immer so das Ziel. Oh. Oh. Was ist denn das da? Ach, da ist einer. Ich fasse es nicht. Oh, das ist auch noch so einer. Oh je. Dann, äh, schauen wir erstmal, dass wir uns hier in Sicherheit bringen. Ich fasse es noch. Oh. So, wie es ist aus. Kommt hier, Freunde. Kommt hier, kommt hier. Traut euch. Kommt durch den Korridor des Todes. Hinterhalt. Okay. War es das? Jo, da haben wir doch wieder was. So, dele, da hat es wieder eine Waffenkiste. Dann schauen wir doch mal, was da Tolles drin ist. Eine Schruti. Naja, ist jetzt nicht so mein Ding. Zack, zack, zack. Okay. Oh, 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 oh. Stehen sie wieder? Oh ja, da steht einer. Dann gehen wir erstmal hier in Deckung. Das dürfte ja soweit passen. Mir fällt gerade ein, ich würde ja gerne den Raketenwerfer nochmal nutzen, aber... Oh ja, das war, glaube ich, nix. Oder wie man sagt, das war so schön, das war eher ein Satz mit X. Ach. System gedrosselt. Hä? Jetzt so. Ah, der Links springt da rum. Okay. Und die Drohne ist mittlerweile im Cooldown. Okay, die hat es wohl erwischt. Okay. Ja, da muss ich ein bisschen vorrücken, damit wir hier ein Ziel bekommen für unsere Drohne. So, von da kommt nichts, soweit ich sehe. den Bereich sichern. Das heißt, da kommen sie. Okay. Da kommen sie. Oh ja, er hat auch Probleme. Er schießt die Dinger ein bisschen an die Decke. Oh ja. Oh ja. Sehr schön. Die 13. Etage wäre somit auch gesäubert und fest in unserer Hand. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das geht ja heute mal ein bisschen richtig vorwärts. Okay, da geht's hoch. Da gibt's wieder was abzuholen. So. Da wird's genau. Kann man auch plündern. Okay, haben wir da noch was? Ja, da gibt's noch was. Und bestimmt gibt's hier irgendwo in der Ecke auch noch was. Nein? Ach ja, enttäuschend. So, dann gehen wir mal auf zum Aufzug. Und lassen wir mal die 13. Etage hinter uns. Ist ja nicht gerade die Glücksetage. Dum, 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 dum. The Summit. Ja, Sesam öffne dich. Immer einen kurzen Blick um die Ecke geworfen. So. Kurz gegen den Automaten geschlagen. Denn wir haben leider kein Bares dabei. Oh. Ja. Wie ich's gar nicht mag. So, zack. So, dann müssen wir da oben schauen. Da oben springt ja einer rum, der überhaupt nicht, äh, ins Konzept passt. Boah. So hilft nichts. Wir müssen da runter, aber ich überlege gerade, ob wir da lieber hier rumgehen. Da hat's, glaube ich, eine Treppe. Eine Treppe. Peppe, peppe, peppe. Okay, da ist nichts. Dann gehen wir hier runter. Ah ja. Tut sich da schon was? Nee. Nee, nee, nee. Da will ich eigentlich gar nicht hin. Da müsste auch noch irgendwo so ein Kollege rumspringen. Okay, da oben kommen sie raus. So, dann schnappen wir uns das hier auch noch gleich. Nee, das ist gar nicht gut. Oh. Der Kollege da drüben macht mir gar keine Freude. Das kommt mir ein bisschen... Ja. Gut, dann kümmere ich mich um den hier. Und treib den mit einer Granate mal hoffentlich raus. So, jetzt wäre doch eigentlich herz allerliebst. Könnte ich hier mal ran hier. Gut. Ja, mich haben schon viele für tot geglaubt. Nee, nee, nee. Komm, wo ist denn jetzt die Drohne? Da. Haben wir da irgendwo einen hinter uns? Nein. Nein. So, wie sieht's aus? Oh, da oben kommt noch was. Oh, 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 oh. Da waren wir doch wieder ein bisschen voreilig. Ach, du Schande, da ist auch einer. Ups. Ach, du Schande, weg. Gut. So, da wollen wir wieder zurück hier zu unserem Gehackten. Komm hier rüber. Ich höre was, ich höre was irgendwo in meiner Gegend. Das gefällt mir nicht. So, da oben springt noch einer rum. Ja, da müssen wir wohl hin, ne? Wenn der Berg nicht zum Propheten will, müssen wir wohl zum Propheten. Äh, nee, müssen wir zum Berg. Da kommt er jetzt runter. Na, komm rüber. Shit. Okay. Ach, du Schande, ich höre nochmal was. Ah. Kommt jetzt hier raus? Ja, wieder so einer mit einer Schrotflinte. Das passt mir gar nicht. Das passt mir nicht. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Für diese Etage. Okay. Dann nehmen wir hier mal wieder alles mit. So, gibt es noch was zum Aufräumen? Nein, so weit passt es, glaube ich. Müssen wir mal wieder schauen, wie wir da hochkommen. Nehmen wir doch einfach die Treppe, Pepp, 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 Pepp. Äh, wir sind doch hier richtig, oder? Ja. Jupp. Okay, da gibt es wieder was zu trinken. Dann geht es hier rechts rum. Links ist nichts. Die 14. Etage, die würde ich noch gerne mitmachen hier. Im Rahmen unseres Feierabend, äh, Friday-Feierabend-Plays. Ja, genau, da ist ein Geschütz gut erkannt, Soldat. Ja, wurde getroffen. Ich auch. Nein, ich nicht. So. Jetzt aber. Oh, der Schmerz. Der Schmerz. So, wie viel? Da kommt noch rechts irgendwo einer. Trau dich, trau dich, komm raus. Ja, der Kamikaze-Joe kommt. So sehe ich das auch. Ah ja. Habe noch nicht genug, die Kollegen. Habe noch Verstärkung, so wie es aussieht. Ups. Jetzt mache ich mich ein bisschen aus dem Stäubchen. Sehr schön. Sehr schön. Ja, man sollte immer wissen, wann es Zeit ist zu gehen. Etage 14 gesäubert. Oh, 14 gesäubert. Das nehmen wir noch mit. Wie sieht es denn aus? Schaffen wir noch die 15? Ist da irgendwo was? Nein, da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Ah. Ups. Ich höre was. Ich höre was. Ach was. Da wirft irgendeiner. War der mit irgendwelchem Dreckszeug um sich? Ein bisschen aufpassen, was hier los ist. Okay. Ach du Schande. Was ist denn das für einer? Ja, nicht nur die Drohne. So, ich mache mal da. Ja, komm, hol ihn dir. Oh, jetzt aber weg hier. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Ah ja. Ach du Schande. Da ist er ja. Uh. Komm schon. Komm schon ums Eck. Und immer auf den Kopf. Und immer auf den Kopf. So, da ist immer noch einer unterwegs. Dann heben wir das mal auf und werfen es. Okay, das müsste jetzt aber gewesen sein, oder? Okay, Magnetschienen. Okay, okay, okay. So, da gibt es doch bestimmt wieder feines Leckeres. Sehr schön. So, das Dröhnchen packen wir mal ein. Dann kannst du es regenerieren, kannst in den Cooldown, damit wir es haben, wenn wir es brauchen. Oder? So sieht es doch aus. Okay, da müssen wir jetzt hoch. Dann sind wir jetzt auf Etage 15, oder? Wir sind auf Etage 15. Also, die nehmen wir noch mit. Zumindest versuchen wir es. Aha, da hinten hat es einen Schlüssel. Hm, hätte ich den noch beinahe übersehen. Und ihr hättet euch wieder ins Fäustchen gelacht. Ah, der wieder blickt es wieder nicht, ne? Ja, 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 ja. So, da noch ein bisschen Munition. Und dann gehen wir auf Etage 15. Ach. Sind es wieder hier am Arbeiten. Wir werden nicht fertig. Mehrere Gegner nähern sich. Ach, was. Okay. Gehen wir mal in die Richtung. Ah, wusste ich es doch. Da ist keiner. Ja, ja, die Etage säubern. Das ist mir klar. So. Wo geht es weiter? Da ist nichts. Da geht es weiter. Okay. Oh, eine Waffenkiste. Und was haben wir hier? Ach. Oh, ja. Das gefällt mir. Dann machen wir erstmal da was hin. Ah, ja. Da kommen sie doch. Huch, nee. Total verrissen. Oh, da hört es sich so an, als wenn da was kommt. Ja, wie ich das liebe, hier im Londoner Nebel zu kämpfen. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gut. Terminal unter Kontrolle. Sehr schön. Etage 15 gesäubert. Das klingt doch gut. Ja, wir werden versuchen, die nächste Etage zu erreichen. Ups. Na, nimm mit. Ah, okay. Dann halt so. Ich glaube, wir sind voll, ha? Nee. Hä? Merkwürdig. So, Freunde. Wir laden hier nochmal ein bisschen voll. Und da drüben gibt es auch nochmal ein bisschen was zu mitnehmen, so wie es aussieht. Und die nächste Etage in den Ding erreichen. Sehr schön. Die Schrotie nehmen wir mit. Sehr gut. Und dann geht es jetzt hier hoch. Nochmal kurz. Flüssigkeit sollte man ja immer genügend bei sich dabei haben. Sehr gut. Und dann sind wir jetzt hier in ungewöhnlich gegnerischer Trupp erkannt. Alles klar. Freunde, wir haben Etage 16 erreicht. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir wieder mal hier mit dem Friday-Feierabend-Play. Hier gemütlich ein bisschen durch das Summit des Hochhaus. Den Wolkenkratzer hier durchgerauscht. Jetzt schauen wir mal aufpassen, dass sie plötzlich vor uns stehen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass euch ein bisschen Spaß gemacht hat, hier mir zuzusehen, wie wir hier durch die Etagen rennen. Ich sage jedenfalls Dankeschön, dass ihr zugesehen habt. Und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.